ok gut ihr seid beide da sehr schön ich bin wieder der hässlichste in dem ganzen fächte korrekt ist hast du korrekt gesehen ich habe keine ahnung und flipp ist das sind auf beiden seiten sind sachen es gilt immer die die gerade oben ist die seite gilt aktuell aber das kann sich drehen und dann geht die andere seite ja das ist die flippseite das ist die flippseite ja das ist die flippseite das solltest du nicht schlaumeier dann darf ich aber spielen so dran kommst jetzt aber es heißt was sie dient welche auch das ach so ich sehe 59 bandudler und so weiter ja aber die gelten aktuell nicht weil das sind aber auch komische farben das ist die flippseite die dunkle seite von und wissen zu sehen genau ich die halt im stream deinen karten machen du ins stream minimieren oder sonst was ja habe ich schon warum geht das nicht und wo kommen diese plus 1 karten das ohne flip leute kannst nichts hinlegen was macht brauchen kann jetzt frage ich mich auch schon die ganze zeit eine schöne farbe sehr schön wir gehen jetzt auf die dunkle seite die dunkle seite auch mal merken können und wieder zurück wechseln jetzt wissen wir wenigstens was du kannst entscheiden ob du sag ablehnen oder sowas nein du kannst einfach nur wenn dir jemand ein plus 2 oder plus 4 normalerweise gibt kannst du kannst du sagen das glaube ich dir nicht also wie erklärt man das ich habe keine ahnung wie man das erklärt ganz einfach ist dass du darfst einen plus 4 oder plus 2 darfst du nur dann hinlegen wenn du keine spielverkauf ich deine karte hast du spieler so deswegen genau und das könntest du an fechten hätte jetzt die plus 2 hinklick obwohl er eine karte hätte mit der spieler dann hätte er die karte dann hätte er die karte plus strafe nochmal zwei oder so wenn nicht einfach aufs irgendwas drücken ne ich wollte sagen einfach aufs fragezeichen drücken dann siehst du aber da steht es nicht dabei ist das komisch das spiel zwar viel ankommt ne weil du hast gerade auch die wahrscheinlichkeit dass du die frauen kraft ist es sehr gering alter spinnst du die jesse gewinnt ja spinnst du die jesse gewinnt wenn du wenn du ihr zwei karten gibst ja was soll das hey eine war von dir ich möchte mir das weg der moritz hat schon alle karten in der hand ja ich auch fast kann man eh nix mehr abheben ja ich hab nix mehr abheben sorry jesse ich hab nix anderes willkommen auf der dunklen seite scheiße da ist die musik so anders ach Gott äh ich äh ich ach mensch ich hab nix mehr auf der dunklen seite hin da ist er check echt jetzt verdammt neee neee nehm nur nehm nur ab der stoß ist unendlich groß neeeee ach Gott uuuhhhh das würde ich anspisten ich werd uuuhhhhhh hat er nicht gerade zogen? warte mal wie ich's mir ja denk ich mir denk ich mir Warum sag ich auch noch ja? Oh ja, den für mich. Nimm. Alter, wer hat denn die Karten für mich stehen? Oh, endlich. Oh. Oh shit, oh ok. Ich hab schon geglaubt, ich war zu langsam. Ich würd auch gern mal so eine Karte da einfach reinschmeißen. Ja super, jetzt wo ich selber dran bin. Das ist wieder typisch. Alter! Ja, sperrt's mich alle. Boah, Jessie, das zeig ich daheim, gell. Hat sie abgehoben? Ich hab nicht aufpasst, ich pass leider nie auf. Oh je. Haha. Oh, ok. Das war das doppelte Einzige. Ja, ich hatte vorher abkommen. Oh. Ihr lenkt euch ab. So geht... Oh. Ja, dann wart's halt. Aha. Ja, du lachst nicht so blöd da. Alter, da geht's hin und her, kreuz und quer. Da wird er schlecht, ey. Oh, die dunkle Seite. Rot hat er. Ok. Rot, blau, blau, gelb. Ok. Ok. Gelb nicht spielen, blau nicht spielen, rot nicht spielen. Ähm. Bin ich gemein oder bin ich nicht gemein? Jessie lacht, also bin ich gemein. Hey! Was soll das? Ich hab da gar nichts dran. Oh, was ist das? Ja, ich muss... Ich muss mich selbst schauen. Oh, Farbauswahl. Ok. Ähm. Ähm. Was war denn jetzt? Was war das? Oh. Anfecht. Das hab ich ja grad zogen. Eine Farbauswahlkarte. Alter, wie viele muss ich denn jetzt abheben? Prrrr. 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 Schatz. Ach, diese Karte. Was haben wir denn für Farbe? Ach, die haben wir. Ach so, ich seht einer. Ah. Ah. Ah, das ist so schlimm. Das ist voll das Dreckspiel. Ah. Ja, super. Oh. Der Moritz Wien. Hab nichts gemacht. Habt gut gemacht. Kann irgendein Moritz aufhaken? Ich glaub nicht. Nein. Nein, kann ich nicht. Chastet du? Nein. Nein, ich hab nur... Ich hab nur Zahlen. Ich kann nur abheben. Oh. Oh. Ha. Also, der hat die wir gekippt. Nein, hat er nicht. Gott sei Dank. Er ist nie da. Ja. Ich werde den Toodler seine Karten gemerkt. Ich hab es nicht gerade gemerkt. Ist so ein Scheiß, ey. Gott, jetzt ist es schlecht. Ja, ey. Alter. Oh. Jetzt muss er eh abheben. Bist du verdammt. Komm, Fecht an. Fecht an. Fecht an. Bitte Fecht an. Ne, der haut nochmal zu weit weg. Hahahaha. Fuuup. Hahaha. Wieso? Hihihihihah. Hahaha. Weil ich kann. Wir sehn so lieb zueinander. Hahaha. Hahaha. Wir sind die besten Freunde. Das sieht man ja, oder? Haha. Und wie. und das ist jetzt die erste runde von 30 was ist 30 runden was hat er hat schon drückt aber der button noch nicht einmal Boah, Scheißfarben ist schon blau, rot, grün, gelb. Alter, ich krieg einen Drehwurm. Blau und rot, blau und rot, blau und rot, blau und rot. Orange, orange, orange. Okay, Gefahr vorbei. Boah, ey. Was soll ich machen? Was kommt jetzt? Geil. Ihr seid alle eine Runde jetzt ausgesetzt. Ach so, das heißt das, okay. Das ist das komplizierte Spiel. Aber überhaupt nicht. Ja, da muss ich gleich ein Trinken drauf. Dann wird's lustiger, ne? Ich bin der mit den meisten Karten. Ui. Falls mich wer sucht. Jetzt kommt sie mit der Scheiße daher. Entschuldigung. Was hat denn der Pudel eigentlich für ein Profilteam? Was ist denn das? Ein Dinosaurier, der an Menschen fließt, oder? Freude. Sie ist ja glaube ich selber. Tut mir leid. Boah, Jessie. Hast du es nicht weitergegeben, oder so? Nee. Oh. Oh. Geht scheißen. Was hab ich euch da an? Ja, frage mal, was du mir da an hast. Ja, dir hab ich's da an, aber die zwei tun's mir. Ich, ich wollt's dem Moritz, ich wollt's dem Moritz geben. Nee. Sie zu böse da an. Keiner, was ich für eine Farbe hat. Nee. Ich probier mal. Okay, dich... Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Ich hab eine violette Karte, warum hab ich jetzt? Ich hab einfach den Farbwechsel nochmal. Dann muss man den anwenden. Die müssen anwenden, glaub ich. also merkt er er hat blaue karten ja weil es die farbe glaubst neben es auch das blau lassen wieso also hätte es gehabt warum werde ich jetzt gesperrt weil ich dazwischen geholt habe er hat noch immer blau aber die nummern habe ich nicht gemerkt nein danke das hast du jetzt gut gemacht am schluss war den finger zu schnell hast mich beleidigt ich darf die farbe auswählen bin ich so viel weiter komplett am anfang ist ein bescheuertem farbwechsel ging da Das ist, weil ich die ganze Zeit darauf warte, dass ich eine Karte reinschmeißen kann, gell? Und dann kommt's und dann denke ich nicht nach und drück einfach. Richtig, gell. Ich glaub, das werden wir aber genauso passieren. Ich ja sogar. Ah. Ah. Oh, Meno, ich kann nicht. Wetten, jetzt hat er grün. Das hast du es gut gemacht, aber ich kann nicht weiterspielen. Oh, fucker. Oh, wow. Oh, nee. Wee. Uh, abwechsel. Uh. Uh. Echt? Oh, fuck. Ja, ich hab nix anderes. Ich hab's nicht anzwafeln können. Also, der Diolog kam nicht. Ja, leider. Beim Flip geht das nicht. Das ist so ein Trottel. Warum? Na, weil du die Farbe hast. Nee, ich hab die Farbe nicht. Ach, du hast doch Lila gehabt noch am Schluss, oder? Nee. Hab ich vertan? Echt? Das rosa Ding. Oder was das ist. Na fast. Ey, war eh wurscht. Aha. Äh. Ich krieg nen Drehwurm. Ja, ich merk mir auch nix mehr. Du hast blau und rot, mehr musst du nicht merken. Du hast grün und rot. Ja. Hallo, warum habt ihr mich jetzt ausgelassen? Weil ich eingesprungen bin. Oh na. Alter, jetzt ist aber dein Guter. Ich mag auch noch was von dem Spiel haben. Dudler spielt mit sich selbst schon wieder. Wie immer. Nur diese Selbstbefriedigungen. Schon wieder. Alter. Kannst du das nicht off-school machen? Dich selbst befriedigen? Jesse, was ist? Gehen wir da mal was anderes spielen, oder? Danke. Ja, du bist auch schlauer. Guter Start für den Moritz, wenn der gleich mal ableben muss. Schauss. Ich schaue es auf. Huch. Ja, ich weiss nicht. Hab ich ihn da überhaupt? Bah, fangt der gleich spannend an dann? Ai- Jetzt spielen die zwei wieder alleine miteinander. Ah nein, das wollte ich nicht. Ich habe was falsch gedrückt. Ich wollte annehmen, nicht anfechten. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Willst du mich verarschen? Nee. Kannst eine grüne 7 hinlegen? Hätte ich auch noch. Oh nein. 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 Jetzt geht es einmal so wie mir. Darf ich auch einmal? Ja. Danke. Ja, ausnahmsweise, dass wir eine Runde mitspielen. Jetzt kommt der mit seinem Weg. Er hat die Kies. Ich sage es mir, der Moritz. Ich habe nichts anderes. Ich habe nichts anderes. Ich habe nichts anderes. Und deswegen wirkst du jetzt die Kies hin, oder? Nein. Ich habe Rose hingeklickt, aber ich habe nicht mehr gewusst, dass er eine 6 hat. Jetzt kommt der mit seinem Weg zu wischen. Oh. Oh nein. Der hat ja auch nur einmal eine. Was soll das? Ja, und ihr wisst jetzt alle nicht, welche Farbe. Nein. Ich habe es nicht. Ich habe nur nicht gemerkt. Genau. Und der Winner ist... Nein, nicht dein Ernst jetzt. Es war noch auf der anderen Seite für Farbe, ich habe es auch nicht gemerkt. Genau die, die du hingelegt hast. hehehe aaaaaaahhhhhh oh oh komm ich irgendwann dran? ich falle gar nicht macht nix ne wir lassen dich jetzt ohhhh wir lassen dich aus aahhhh aahhhhhh 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 uuhhh uuhhhhhh komm leg eine plus 2 drauf mal aahhhhhh für was hab ich dir 10€ vorher gegeben was du halt deine Schnurze für eine Runde für mich darum bist du danke ja kann ich mich abendessen gehen echt jetzt ok das war eine schnelle Runde hast wieder gut gemacht du super ich weiß weil wir ein anderes Tag spielen oder weiterhin unoflip was weil wir ein weiteres Tag spielen oder weiterhin unoflip na spiel mir nur eine rum ja wird sich eh nicht anders ausgehen eben weil du bist so langsam kann ich fahren kann ich fahren es gibt übrigens ein neues Monopoly habt ihr das mitbekommen ich habe eh schon Angst wir gehen letztens nicht gar nichts mit Monopoly Madness aahhhhhh das ist ein bisschen aktiver da hat man eine Spielfigur da muss man Ressourcen einsammeln mit diesen Ressourcen kannst du dann Grundstücke kaufen und dann Häuser draufstehen mhm und man kann die anderen Spieler aber natürlich auch davon abhalten und so hab ich auf der Playstation ganz lustig nur so nebenbei mal erwähnt nur so nebenbei mal erwähnt in der geselligen Runde in der geselligen Runde spiel mal mit mir alleine passiert das ist echt scheiße wenn wir in der Wohnung nicht mehr rauchen wieso darfst du nicht rauchen in deiner eigenen Wohnung weil wir in der Wohnung nicht mehr rauchen ach der Umzug hat uns jetzt gezeigt was passiert wenn man in der Wohnung raucht jaja mir ist das so wurscht nur der Tudler regt sich auf wenn er stamm stinkt wenn er von mir nach Hause kommt wir haben Fensterputz gell ja warum tust du das auch ich mein selbst schuld wir putz schon seine Fenster wir haben ja müssen und jetzt jetzt rauchen wir halt im Garten das Problem ist aber dass ich da fünf Minuten durch die Wohnung hatschen muss bis ich im Garten bin und es scheiß kalt ist draußen ähm was dummerten was dummerten jetzt ist kurz vorm gewinnen böse ja ich musste einschreiten es tut mir leid jensen oder nie ja spielts wieder alleine miteinander ich mag eh nichts spielte planted hey schau spielst du eh eigentlich wollte ich war so ein spielen so bin ich schau so bin ich spiel ich für euch Oh, scheiße, scheiße. Oh, jetzt war ich zu langsam. Ist doch fast das gleiche, Warzone und Uno. Ja, bei beiden verliere ich. Ne, ich nur bei Warzone, weil da bin ich so schlecht. Aha, das geht schon, das ist nur Übung. Ja, wie ich versucht habe immer wieder zu verstecken, bin ich eh weit gekommen. Und mit einer Gruppe ist sogar eine Farbe. Ich hab mal schon einmal in einer Gruppe gespielt, das war Horror. Die haben mich immer wieder gelebt müssen. Muss eine gescheite Gruppe sein. Ja, da darf ich nicht damit spielen. Aber ich find das so lustig, ich spiel's eigentlich gern, weil's lustig ist für mich. Weil ich's voll nicht kann. Keiner will mit mir spielen. Wieso denn? Wieso denn? Weil ich's immer abgeschießen. Aber das gehört so, das erste was man in einem Gruppenspiel macht, ist die Mitglieder abschießen. Bei Warzone geht das ja gar nicht. Ne, leider. Im Multiplayer kann man das aber. Ah nein, nein, in der Mission kann man das. In der Mission selber bei Call of Duty hab ich immer meine eigenen Leute abgeschossen. Aber warum kann ich ablehnen und muss dann trotzdem Karten ziehen? Geht die Karte nicht hin. Und warum hab ich eigentlich geschült da so viele Karten? Könnt's da ran liegen? Geht die Karte nicht hin. Geht die Karte nicht hin. Oh. Shit, jetzt hab ich nicht geschaut. Oh! Alter! Was machen wir denn jetzt? Du hast so viele Karten, da wird eine passende dabei sein oder? so schlauer und die kette weil was das ist geil ich habe heute zehn unabatt und drücken hätte aber auch eine 1 hinlegen können so viele tasten kann ich nun gleichzeitig drücken das ist immer weil ich zuerst die karte hinlegen möchte und dann und rück dass das funktioniert einfach nicht das muss dann können zuerst und dann gerade so geht es beim spiel lege ich immer hin und sagt nun du lernst schnell aber ich vergesse das manchmal kann der mit der mit karte ablehnen ich habe die karte nicht selbst gehabt so Untertitelung des ZDF für funk, 2017